Herzlich Willkommen zu dem wichtigen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja Leute, ich möchte gerne, dass ihr euch das Video von Anfang an bis zum Ende anschaut. Und zwar, Leute, wenn ihr das Video seht, ist es vielleicht der 7.6. oder noch der 6.6. Und zwar, Leute, will ich ankündigen, dass ab nächster Woche, also ab dem 7.6. Ich für eine Woche lang, oder für Montag, Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, für 5.000 sage ich mal, nicht regelmäßig streamen, weil, wie gesagt, wie auch in den Schülschern oft gesagt, ich vor meiner Abschlussprüfung stehe. Und daher, Leute, kann das sein, also ich werde versuchen natürlich am 2.6. Also, übermorgen, also am 7.6, am 8.6. natürlich live zu gehen, aber ich weiß es nicht, weil Prüfung, Schule vor YouTube, ich will auch diese Prüfung gut hinbekommen und in etwa kacken, Leute. Das heißt, Leute, ich werde dann nur, sagen wir mal, nächste Woche, also ab morgen, dann, sagen wir mal, unregelmäßiger Stream. Ja, aber Leute, bleibt trotzdem auf meinem Kanal, auch wenn es geht, dann schreibt gerne mal noch in die Kommentare, warum hat ihr denn die YouTube-In-Ami verlassen. Und ich würde mich auch sehr gerne über neue Abos freuen, weil ich da ja kurz vor 800 und sehr, sehr nett, wenn ihr meinen Kanal weiter verteilen könnt und ich dann vielleicht, wenn ich wieder streame, dann wie 800 Abos habe. Aber das ist nur so, als Randinformation, dass es in unregelmäßiger Streams kommen, hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, das war es eigentlich auch schon und jetzt hätte ich gesagt, jetzt hätte ich gesagt, bevor ihr das Intro nochmal Outro bekommt, ich hätte gesagt, haut rein und chill mit ihr und euch schöne und ich wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, dass es in diesem Fortnite geil wird. Haut rein und jetzt ciao, ciao.